Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. November. Mainzer Koalitionsverhandlungen vor dem Abschluss, Neues zur Razzia auf Mewa-Gelände und Meldung über chinesisches E-Auto aus Opelwerk sorgt für Wirbel. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Während in Berlin eine Koalition auseinanderfliegt, steht in Mainz ein neues Bündnis in den Startlöchern. Die Verhandlungen zwischen Grünen, CDU und SPD stehen nach Informationen dieser Redaktion vor dem Abschluss. Damit könnte die neue Kenia-Koalition gerade noch rechtzeitig zustande kommen, bevor die Parteien in den Bundestagswahlkampf gegeneinander starten müssen. Vorher müssen noch ein paar Hürden genommen werden. Die größte Hürde könnte am 22. November warten, wenn die Grünen als Erste auf einer Mitgliederversammlung über den Vertrag abstimmen. Schließlich ging es bereits auf der Versammlung der Partei im Juli hochher, als über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen diskutiert wurde. CDU und SPD beließen es damals bei Vorstandsbeschlüssen. Das wird nach dem Ende der Verhandlungen anders sein. Die beiden Parteien werden nun ebenfalls Parteitage abhalten. Zuerst folgt die SPD am Morgen des 23. November, bevor die CDU im Nachmittag den Abschluss darstellen soll. Fast zeitgleich wird der mit Spannung erwartete Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2025 zuerst in den Finanzausschuss und am 27. November in den Stadtrat eingebracht wird. Aufregung abseits des Spielfeldes. Während des spektakulären Heimsieges von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund kam es zu einer Razzia auf dem Gelände der Mewa Arena. Zollbeamte und die Staatsanwaltschaft Koblenz durchsuchten dabei die Geschäftsräume und Verkaufsstände eines gastronomischen Betriebs sowie die Wohnräume des Betreibers. Laut Staatsanwaltschaft richtet sich das Verfahren gegen einen Unterpächter und nicht gegen den Hauptbetreiber der Stadion-Gastronomie. Der Beschuldigte steht im Verdacht, seit 2019 Servicekräfte entweder ohne Anmeldung oder über den angemeldeten Umfang hinaus beschäftigt zu haben, wodurch Sozialversicherungsbeiträge möglicherweise verkürzt wurden. Mainz 05 betont, dass der Verein in keiner Weise in den Vorgang involviert ist. Die während der Razzia sichergestellten Beweismittel werden nun ausgewertet. Max Harre und Joy Dinalani sind beim Konzertfestival Summer in the City in Mainz als Headliner bestätigt. Das Duo wird am 21. Juni 2025 auf der Zitadelle in Mainz auftreten und damit ihre Alles-Liebe-Tour fortsetzen, die durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt. Die Konzertreihe präsentiert auch weitere hochkarätige Künstler wie La Brass Banda, Bosse, Lea, Wanda, Santiano, Paula Hartmann und die Kölner Kultband BAP. Der Vorverkauf für das Konzert von Max Harre und Joy Dinalani startet noch in dieser Woche am 14. November über die Webseite von Summer in the City und bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen. Während sich am Vormittag noch Tausende Verkleidete auf und um den Mainzer Schillerplatz tummelten, waren am Nachmittag die ersten bereits verschwunden. Wegen des Regens am Mittag zieht es viele ins Trockene, wie zum Beispiel in die umliegenden Kneipen. Das merkt auch die Polizei. Die Feier habe sich früher als sonst in die Gaststätten verlagert, sagt Sprecher Rinaldo Roberto. Am 11.11. vergangenen Jahres waren laut Polizei rund 30.000 Menschen in der Innenstadt. Wie viele Menschen dieses Jahr im Stadtkern feierten, lässt sich nur schwer beziffern. Das Veranstaltungsgelände, auf dem bis zu 9.000 Menschen feiern konnten, sei gut gefüllt gewesen. Der 11.11. sei laut dem Polizeisprecher dieses Jahr friedlich verlaufen. Es habe keine Schlägereien oder großen Auseinandersetzungen gegeben, bei denen die Polizei eingreifen musste. Auch zu Verletzungen infolge der Glasscherben sei der Polizei bislang nichts bekannt. Generell fällt auch hier auf, um den Schillerplatz herum war zwar haufenweise Glasmüll zu finden, doch nicht annähernd in der Menge wie vergangenes Jahr. Eine repräsentative Umfrage unter Schulleitern in Deutschland zeigt, dass 66 Prozent ihren Beruf nicht weiterempfehlen würden. Zu den zentralen Herausforderungen zählen Lehrermangel, steigender Verwaltungsaufwand und eine unzureichende digitale Ausstattung. Lars Lamowski, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz, hebt hervor, dass die Digitalisierung an Schulen stagniere und der Lehrermangel nur durch kurzfristige Scheinlösungen abgemildert werde. Hinzu kommt, dass über 90 Prozent der befragten Schulleiter die politischen Entscheidungen als realitätsfern empfinden. Die digitalen Ausstattungen wurden oft ohne klare Pläne zur Wartung und Erneuerung angeschafft, wodurch aktuell viele Schulen nicht über genügend Endgeräte verfügen. Oliver Pick, stellvertretender Landesvorsitzender des VBE, fordert daher Unterstützung durch den Bund, da viele Kommunen finanziell nicht in der Lage seien, die Digitalisierung voranzutreiben, was die Chancengleichheit gefährde. Der Lehrermangel bleibt ein Thema, auch wenn es leichte Entspannungstendenzen gibt. Doch die Zahl der nicht qualifizierten Lehrkräfte hat sich seit 2020 verdoppelt. Viele Schulleiter plädieren für ein Bildungssystem nach Schweizer Vorbild mit gezielten Vorbereitungen in Schuleingangsklassen, um allen Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Der VBE betont, dass das Schulsystem grundlegend neu strukturiert werden müsse, um die Bedingungen für alle Beteiligten zu verbessern. Liebmoto hat in Europa viel vor. Vor ein paar Wochen öffnete der chinesische Hersteller die Orderbücher für Europa, begleitet von einer umfangreichen Marketingkampagne. Bis Ende des Jahres sind in Europa 200 Vertriebsstellen geplant. Um die große Kampagne zu pushen, ist Liebmotor ein umfangreiches Joint Venture mit Stellantis eingegangen. 1,5 Milliarden Euro steckt die Opel-Mutter in die 2015 gegründete Start-up-Firma. Doch Ende Oktober hat die EU happige Zölle für Elektroautos aus China in Kraft gesetzt. Um die Zölle zu umgehen, suchen chinesische Hersteller einem Hintergrundbericht dieser Redaktion zufolge verstärkt nach Produktionsmöglichkeiten in Europa. Dazu wollen sie zum einen eigene Werke hochziehen, zum anderen Produktionsstätten von Kooperationspartnern nutzen. Nun gibt es Gerüchte, der kompakte Elektro-SUV B10 könne im Opel-Werk Eisenach gefertigt werden. Liebmotor will das auf Anfrage nicht bestätigen. Und auch in Branchen- und Firmenkreisen hält man es für sehr unwahrscheinlich, dass der B10 in Eisenach gefertigt wird. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de Redaktion, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen. Redaktion, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.